Wo war man gestern? Ach ja. Beim Labyrinth. Oh, da war noch was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Wie viel... Nämlich keine, äh, Players? Schade. Geh weg. Ich höre dich doch. Don't trust Emil? Was ist Emil? Heyo, don't trust him. Okay. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area surrounding an unlikely centerpiece. A full side stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Du kannst so zweimal rechts gehen, dann bist du schon in einer Sackgasse. Nice try, Mienchen. Mal, be careful! Ich kann sie rüber sehen. Sie kommen für dich! Sie kommen für mich. Oh, das ist ja schön, dass er da oben rauf-latschen kann. Okay. Oh. So nicht, mein Freund, so nicht. Ha, wo ist die Story, dass da noch was ist? War doch logisch, oder? Ich habe immer noch einen Checkpoint gekriegt. Das heißt hier, wir müssen die Sachen nicht noch mal einsammeln. Revolver Ammo. Warum? Du bekommst zwei Bälle am Morgen und dann bist du schön und ruhig, den ganzen Tag lang. Gehst du mit mir? Du bekommst drei Bälle am Abend. Gehst du mit mir? BAM 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 BAM! Ne? Okay. Wait. We're going. We don't want any fighting it. We don't want any fighting it. Was ist denn in den Rücken gehauen? Okay, wir haben gar nichts. F-Protest. Du bekommst drei Bälle in die Nacht. H-H-H-H-H-H-H-H! Hallo, hallo! die hat nicht erreicht also wir sind hier noch hier muss ich noch mal was anderes machen anscheinend wenn es so nicht reicht das ist natürlich dann ich habe mich gerade geschobst ja ich muss die flair besser timen glaube ich dass wenn die explodiert dass ich die meisten raben halt weg einfach okay Du kriegst 2 Pounds in der Morgen, und dann wirst du schön und kalt. Du kriegst 3 Pounds in der Nacht, oder? Ja, ja. Und explodieren, ne? Ja, diesmal war es besser, ne? Die Raben sind weg. Alles klar, diesmal war es besser. Das ist eine kleine Träpe. oder den Weg? Das ist alles nicht so toll, wa? Ist das gleiche, so wie das aussieht? Manuscript Das ist mir wohl ständig immer die Wacken wegnehmen müssen, oder? Erbärmlich Warum ist er überhaupt im Garten? Ja, ok Das ist ein Double Barrel, das ist nicht gut Wobei war ich noch 28 Schuss, ne nehmen wir die erstmal Oh ja The Flair, sehr schön Entschuldigung Entschuldigung Was? Alter Ich dachte durch diese Steine, die hier so sind, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass da nur eine Seite liegt, ey Für den Moment, Barry was just glad he had survived the fall He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up He told himself he'd be okay, okay in the gloomy forest at night He would just have to wait for a while for Al to find his way down Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high Barry screamed and threw up his hand The world exploded Der ist eben hier Kennen wir den schon? Haben wir den schon kennengelernt? Nee, ne? Was, 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 was springt denn der da runter? Der ist ja auch nicht ganz sauber, wa? Oh Hallo Ah! Magee sleeves um nicht sweat Geklobe Me Arage Nein! Nein! Mann! Lass nach! Er ist holl! Was sind wir eigentlich jetzt? Hä? Wie ist denn das Licht ausgegangen? Kann hier wahr sein. Das ist ja ein Secret. Uh oh! Retard Alert! Retard Alert, Class! Kennst du das nicht? Das soll er benutzen, wenn... Ne? Wenn dann die ganz speziellen Leute hier sind. Ihr müsst ja nicht immer damit mich meinen oder so. Ihr könnt ja auch andere damit meinen. Ne? Was? Was? warum hat er denn jetzt gewechselt ist er nicht erlaubt zu wechseln ja einige sachen durfte ich leider musste ich leider ein bisschen umbenennen also retard konnte ich halt nicht richtig hinschreiben genauso wie pawnhab konnte ich auch nicht richtig hinschreiben es gibt halt so ein paar wörter die darfst du halt einfach nicht benutzen also von twitch aus schon ihr live wir gehen raus können wir diese dritte vielleicht barry Uh, well, I slammed it shut when the Nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, uh... Barry! I'll find it! Don't worry about it! Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Halt! What are you doing here? You have to be here! Just hold on now! Did you get me wrong? Come, let me go back there! Okay, wir haben jetzt zwei Flares bekommen, ne? Dann machen wir die irgendwie... Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! What? Oh, hey! We found a corner! Was hast du hier gefunden? Eine Münze? Findest du? Mach das Brett auf! Ich habe es gefunden! Ich habe es gefunden! Ah, nein, warte! Das ist eine Twig! Mach ich mich nicht, Kollege! Mach ich mich nicht, Kollege! Ja komm, dann lass mich raus! Oh, nein! Kommt jetzt wieder fett Musik, oder was? Noooo! Ich mach mal kurz stumm! Oh! Normale Musik! Da brauche ich ihn langsam! Sorry für die zwei Sekunden! Stumm! Weiter fahren, okay! Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Aber das ist okay, Barry. Oh, du hast das genau, Al! Du bist schiefst! Du bist, seitdem du bist, der verrückt! Aber vielleicht ist das inevitable, wenn du mit verrückt mit verrückt wie diese... Das hilft! Das passiert, Barry! Alice... Sie haben niemals Alice! Sie ist in der Dunkelheit an der Bühne des Läge, aber sie ist nicht tot. Al! Wie kannst du das wissen? Ich weiß, Barry! Ich kann... Al! Ich kann... Ich kann sie zurück. Ich kann sie finden. Es gibt etwas Besonderes über dieses Ort. Aber es gibt einen Ort. Das ist ein Ort. Das ist ein Ort. Das macht es etwas zu den worksen von Art. Es macht sie wahr. Aber es gibt einen Fall. Die Schmerzen. Die Schmerzen. Whatever das Ding ist, es drehts es zu ihren eigenen Enden. Das ist warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuscript für alles. Al! Ich glaube, du! Es passiert mit Thomas Zane. Es passiert mit den Andersen. Ich glaube, du! Crazy oder nicht, du nicht delusierst. Weird shit ist weg. Das ist ein Fakt. Ich bin auf dem Weg, Mann. Ich bin mit dir. Die Andersen wusste es, aber sie waren zu weit weg, zu erzählen, mit all den Drugs, die sie waren. Aber sie haben es geschrieben. Es ist ein Messer, irgendwo an ihrer Farbe, Barry. Du musst es einfach finden. Schau raus! Schau raus! Ich dachte, er ist gefahren. Barry ist nicht gerade gefahren? Das sah ja gerade so aus, als wenn er, als wenn Al gefahren ist. Und wieder alles weg. Barry war nicht zu sehen. Barry! Barry! Mann! Du bist okay! Jesus! Es ist gut, zu hören, deine Stimme zu hören! Ich versuchte, aus dem Auto, aber die Grunde gab es weg. Mann! Wie eine Strecke! Und keine Angst! Deine Cutout ist gut! Vergesst das! Bist du okay? Ich habe ein paar Büsse, ich habe keine Strecke bekommen. Es gibt keinen Weg, man kann es nach unten. Es ist wie eine schere Walle. Es ist so laut, oder? Es ist so laut, oder? Es ist so laut, oder? Barry, bist du okay? Ich bin gut, Al! Ich bin großartig! Ich glaube, du hast nie mit jemanden aus New York City, oder? Ich bin großartig, oder? Ha 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 ha! Ich bin großartig! Ich bin großartig! Ich bin großartig! Es ist ein Suizid. Ich gehe zum Farn. Ich gehe und schiebe die Umgebung. Du kannst aufzunehmen. Es geht nicht darum, ich bin auf der Kante. Jetzt ist er Rambo. Das würde sich als Disaster machen, wenn ich mit Barry nicht aufzunehmen würde. Ich gehe zum Farn. Ich habe doch noch nichts für mich zu beschützen. Was war das? Ich war immer so durch. Nicht jetzt. Schlecht ist das denn, ey. Lauf doch mal. Der tut ja schon wieder so, als er hat keine Ausdauer mehr, ey. Der ist doch gut, Mädels. Ruhigt euch. Wie kann er sich da reingehen? Das ist eine Pitch. Ruhigt euch. Ruhigt euch. Das war der Moonshine oder zwei in der Boobiehatch. Aber dann sah er den Mann auf der Porch, und er wusste, wer es war. Driving für seine Leben und zu wissen, es war nicht sinnvoll, er wusste nicht, dass er schreit war, bis er nicht die Straße gesehen hat, für die Tears. Das war der Moonshine. Das war der Moonshine. Das war der Moonshine. Nightingale felt a stab of envy at Wake's oblivion, but he had a job to do. He put the gun to Wake's head and almost became a murderer. His hands shook and his throat felt tight and dry. Biting his teeth, he tried again to pull the trigger. He lost the nerve. Wake stirred. Nightingale would have to settle for an arrest. 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 What the? Ich konnte die Bewegung in den Bäumen nach vorne. Facing den Mann ohne Weapon war gefährlich, aber ich hatte keine Wahl. Trust no one in the dark. Hallo? Oh! Moment, Moment, Moment Moment, Moment, Moment Nur ein Ding, ne ii ist klar Uuh, Mann die ihr hier richtig schwingen habt Pick up batteries Da ihr hier richtig Glück gehabt gerade, wa Wo wir jetzt einen Kann ich einfach so runter, ja, kein Problem, ich bin Alan fucking Wake. Ah, da ist das Auto. Schauen wir mal. Warte, wohne ich. Ui, der ist aber schnell. Habe ich nicht auch hier rübergekommen, so? Ui. Na ja, theoretisch, ne? Ja. Ich versuche, um alle Piste zu einem richtigen Zeitpunkt und Platz zu zeigen. Ich versuche, euch zu zeigen, wie die Geschichte läuft. Ich habe gesehen, glimpsen der Licht vorhin. Ich habe gesehen, es in meinem Traum. Es war ein strange Spaceman oder ein Diver in einem balken Soit. Er war derjenige, der die Pages auf meinem Weg gelegt hat. Die Pages auf dem Weg gelegt hat. Missing Page. Die Pages auf dem Weg gelegt hat. Die Pages auf dem Weg gelegt hat. Die Pages auf dem Weg gelegt hat. Soit wird endlich frei sein. Das war's für heute. Hm. Das tut nicht weh. Es ist nur ein Computer-Spiel. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ja. Die Gegner heißen Taken. Das ist ja alles dicht. Kann man nirgendswohin. Ja, wir sind Speedy. Ja. Der ist ja mal gleich so außer Atem. Nee. Hier komm ich raus. Okay. Voll in die Fresse geschossen. Hm. So muss das sein. Kaffee trinken. Alarm! 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 Ich will wirklich nur so richtige Memes haben. Nicht was mir gefällt, sondern so richtige Memes. Alarm! 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 Ja. Keydom! Joach! Nope! Irgendwie fest. Nope. Ah, jetzt wird's das wieder blöd. Ja, geht's. Weg mit euch. Ja, manchmal ist es ja ganz gut, wenn du da ein paar Gegner kriegst, aber irgendwann ist das einfach zu viel. Das ist einfach... ...over the top. Ich konnte das Auto sehen, aber es gab keine Aufmerksamkeit. Oh, Batterien. Tesla. Oh, Kaffee. Oha. Was war denn das gerade? Oh. Ich weiß dich. Du war in der Kirche den Tag. Ich bin auf der Kirche wieder. Für die Wunschung, du kennst. Es macht dich sehen. Sie werden es nicht verlieren. Sie sind in der Looney Bin. Aber mein Freund, Danny. Ich habe ihn verloren. Ich glaube, was er ist. Ich bin, ihn zusammen. Ich habe ihn zu tun. Es ist nicht er. Es ist wie ein echtes schräg- battery- um, zu einem echt gutem Film. screaming. Oh, mein Freund, das ist plötzlich der Schmerz der Schmerz. Er ist die Geschichte. Wieso? Aber nicht durch mich. Es ist ein Horror Story, und es wird sie töten, und ich, und alle in dieser Stadt. Niemand wird überleben. Die Schmerzen wird alles. Das ist das, was es wollte all along. Es wird frei, unabhängig. Es hat die Alice in mir benutzt, und sie hat sie in fronten, um mich zu gehen. Es wird sie niemals verlassen. Ich werde das ändern. Ich werde es weg. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Ich bin jetzt der Protagonist. Das fühlt sich wie ein riesiges Risiko, aber es ist die einzige Weg, um Alice zu retten. Ich werde die Folgen der Geschichte, genau wie jemand anderen, der in die Geschichte ist. Die Geschichte muss bleiben, um das zu funktionieren. Es müssen die Vizepräsidenten sein. Neer Escapes. Cliffhangers. In einer Horror Story, es kann nicht sicher sein, dass der Hero wird oder sogar überleben. Er hat fast zu sterben. Ich werde meine eigene Geschichte in die Geschichte. Ich brauche Hilfe. Zane wird derjenige, der will mich helfen. Ich werde es passieren. Ich werde es passieren. Wer ist Zane nochmal? Das sind wir, oder? Manchmal hat er sich auch selber immer Zane genannt. Was ich ein bisschen komisch fand. Hallo. Ich werde es sehen. Ich werde es sehen. Danny, hm? Oder wer ist es sehen? Müsstens sehen. Keine Ahnung. Die Farm war noch eine gute Distanz. Ich brauche ein Auto, um dort schnell zu kommen. Ich werde es sehen. Für einen Moment, Hartmann hat sich gedacht, den Idiot zu verletzten. Mott war ein Spirited, aber einfach zu manipulieren. Ein emotionaler Kind, der lebt für seine Erachtung. Wach, bei Contrast, war ein viel schwierigeres Thema. Mott hat ihm zu viel Leisch. In zwei Tage, wer weiß, was könnte passieren? Hartmann hätte einen Weg zu holen. Und schnell. Die Wahrheit. Na, da glaube ich noch nicht dran. Das Kapitel heißt zwar Die Wahrheit, aber... Really? Irgendwas auf dem Pott? Außer Klopapier? Der Keller war noch offen. Checken wir mal den Keller. Fleischkumpen... Fleischkumpen... Was werden wir hier? Let's drive! Barry wasn't up here, he was probably in trouble down at the farm. For a moment, I felt bad for doubting him. After all, I made it this far myself. But Barry was Barry. Barry was Barry. Was eigentlich mit Chris und Jill? Wo sind die beiden eigentlich hin? Was gründen? Der eine ist in Afrika und der andere ist wo? In Russland oder was? In Russland, warum ist die zwei schaden? Ich glaube, sie sind da, aber die ist einfach so spannend. Es ist eine so schöne chose. Aber was ist das? Beide ist. Beide sind in Afrika? Ja, okay, die blonde Jill, aber mich interessiert schon die blonde Jill. Ich rede natürlich von der Resident Evil 3 Remake Jill. Genau, als ob. Jetzt haben sie hier so ein bisschen Open World, ne? Ah, mal wie ein Radio. Hunting Rifle? Was ist denn das? Ne zwei, aber... Na, okay, tauschen wir. Das war's. Das war's. Also, als ich sicher alle hat, die Wurzeln, die wir alle fühlen haben, ist endlich hier. Die Leute an der Wurzeln sagen, dass es bis zum Frühstück dauern, am besten. Pertäinlich zu dem, lass mich das Missing Persons Alert wiederholen. Die Sheriff's Department ist noch ein Caucasianer Frau, 30 Jahre alt, slim und blöde, mit blöden Augen. Sie vielleicht verloren in den Häusern, und es ist möglich, dass sie in einem Auto verabschieden wurde. Wenn Sie sie sehen, bitte sicher, dass Sie sie in der Brüse rauskriegen. Es ist schlechtes Wetter, wenn Sie rauskriegen. Also wenn Sie jemanden in der Nähe, der vielleicht ein bisschen verabschiedet ist, gib ihm eine Hand, okay? Das ist Pat Main auf KBF-FM. Ich hoffe, dass Sie alle sicher und warm sind heute Abend. Vielleicht sind wir das nicht. Ich habe aber überlegt, wenn mir das gerade so auffällt, ich werde mal Fallout 4 übermorgen mit Controller probieren. Mal gucken, wie das ist. Jetzt habe ich ja endlich einen. Ich werde mal gucken, wie das hier ist. Ist ja immer besser, wenn man die Kamera nicht allzu schnell bewegen kann, wie mit einer Maus. Ist auch besser für die Zuschauer, ne? Das merke ich ja bei mir. Ich hab ja auch diese Motion Sickness, also wenn mir jemand zu schnell, ich kann mich selber sogar sick machen, ne, also. Wenn ich so schnell irgendwie die Maus bewege oder so, dann werd ich bei mir selber sogar krank.